Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Tja, der Druck auf Angela Merkel, der wächst. Man sieht das jetzt fast jeden Tag, wie er zunimmt. Heute Nachmittag habe ich im Internet einen Aufruf gesehen. Dort heißt es Angela Merkel Rücktritt. Jetzt beteiligen Sie sich an der Unterschriftenaktion. Und wenn man darin liest, dann heißt es da in Anlehnung an den FAZ-Artikel von Angela Merkel, in Klammer, die von Helmut Kohl eingeräumten Vorgänge haben der Partei Schaden zugefügt. So hieß es damals, Frankfurter Allgemeine, 22. Dezember 1999, fügt Angela Merkel der Partei Schaden zu, indem sie einen aussichtsreichen Neuanfang blockiert. Da ist übrigens dieser Artikel oder zumindest die Überschrift, die Schlagzeile von damals. Die FAZ verbirgt den inzwischen hinter einer, oder was heißt verbirgt, man muss dafür zahlen, um ihn zu sehen. Aber bei der Universität Stuttgart in der Universitätsbibliothek, da sieht man zumindest noch die Schlagzeile und den Namenszug vom 22. Dezember 1999 in der FAZ. Das war der berühmte Artikel, mit dem Angela Merkel damals das Ende von Helmut Kohl einleitete. Und jetzt weiter unten in diesem Aufruf, da heißt es nur, wer sagt es ihr, dass ihre Zeit als führende CDU-Lenkerin und Kanzlerin im Sinne des Landes und ihrer Partei beendet werden muss? 1989 fiel es auch schwer, Erich Honecker zum Aufgeben zu bewegen. Auch Honecker wollte nicht einsehen, dass seine Zeit abgelaufen ist. Eine solche Demütigung ist Angela Merkel nicht zu wünschen. Sie sollte aus freien Stücken den Weg für eine Neuausrichtung der Partei freimachen. Tja, und in den Medien, wie gesagt, da mehren sich seit Tagen solche Aufrufe. Wir hatten das eine Kolumne von Ulrich Reitz, da hieß es in der Schlagzeile Die Kanzlerin steht Neuanfang im Wege. Merkel darf nicht Kohl imitieren. Auch hier wieder die Anknüpfung an die Vorgänge vor etwas mehr als 21 Jahren. Dann in der Neuen Zürcher Zeitung vor fünf Tagen, das hatte ich auch einmal in einem der Videos hier in dieser Woche zitiert, Die CDU und die Krankheit zum Tod, und da hieß es auch in der Schlagzeile der NZZ, Merkel sollte endlich den Weg für Neuwahlen freimachen. Seit Kanzlerin Merkel ihren Rückzug für 2021 angekündigt hat, befindet sich die deutsche Politik in einem lähmenden Schwebezustand. Merkel sollte dem ein Ende bereiten. Dann aus Fokus, auch aus den vergangenen Tagen, das war vom 14., In EU-Kreisen wächst die Sorge über Lage in Deutschland. Merkel ist ein Totalausfall, heißt es hier in einem Zitat in der Schlagzeile. Und im Vorspann, wenige Tage vor einem entscheidenden EU-Gipfel in der nächsten Woche, wächst in Brüssel die Sorge über die innenpolitischen Turbulenzen in Deutschland. Und hier noch deutlicher bei Spiegel Online, das war ein Kommentar am 13.02., Merkel sollte gehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, zu dem Kanzlerin Merkel noch selbstbestimmt ihr Amt aufgeben kann. Tja, und vor wenigen Tagen haben wir auch im Merkur und anderswo lesen können, dass Günter Oettinger, der frühere EU-Kommissar und der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sich auch ähnlich geäußert hat. Er sagte zwar, Merkel soll noch bis Ende des Jahres auf jeden Fall bleiben, aber er könne sich einen früheren Abgang ebenfalls vorstellen. So, und wenn man mal dahin schaut, wo es vielleicht am objektivsten ist, nämlich in den Wettbüros, da wo gewettet wird auf eine Nachfolge von Frau Merkel, da sieht man ganz oben Friedrich Merz mit der besten Quote, dahinter Armin Laschet, Robert Habeck, Jens Spahn. Und danach rutscht es ein bisschen ins Komische ab. Wir sehen in dieser Liste sogar Andrea Nahles. Gut, wer sein Geld rauswerfen möchte, der kann natürlich auf Frau Nahles wetten. So, das nur als kurze Notiz heute noch an diesem Tag. Und dann rutschen wirwкой ab. Zum Schluss.